okay okay jeder muss in seiner stadt die waffen finden und dann pleasanton paradise eine nähere map konnten wir nicht finden oder der wie lange leben das ja du bescheidst pc spieler mit allen waffen die wir finden aber nur in der stadt wir dürfen nicht das machen wir betteln uns in zehn minuten also um sieben oder sieben oder sieben das war hat kursen werfen dann aber auch ohne mini john lmg und p90 Danke. Danke. hast du schon gepumpt mit fein oder ohne wie lange war ich nicht mehr im spiel wieder schon zehn jahre her ja du bist du bist du bist du bist oh man f*** man na wei 2s 4 4 5 5 5 6 ich kann es nicht ich kann es nicht nehmen ja mein Blut ist auf jeden fall krass ah mit 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 einfachen aus spray waffen und rocket money waffen ich will aber auch ohne jetpack also wenn du das benutzen willst darfst du ja ich spiel auch ohne granaten nur mit hier ist es gibt so viele leute die luftanschlag oder so mitnehmen würden diese leuten das sind diese leute die gruppenkeile immer suchten ich ich hast du ein gruppenkeile sucht die ich 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 auch fast von vorhin ich schwere mit einem was sagt er so ich er sagte mach mal 33 gegen 33 an digga das ist genau der selbe scheiß modus für mich ich in 33 ich habe einmal gespielt dann habe ich das mache ich kann ich bauen digga ich bin einfach shit ich komme schon ne wo wollen wir uns schützen hast du schon schwere geliebt ja ich nutze einfach nicht mich nicht ich kann auch mann digga warum baue ich mich dann so hoch der da ich brauche mich richtig hoch was dann kann ich nicht 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 luftanschlag ich kann wohl an dem modus mann einmal mit dem teil gibt es einfach nicht hast schon bist du paradise ich ich wir ich 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 du 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 Hab ich Tag kennengelernt. Im Teamspeak hast du ihn kennengelernt? Ja, im Teams. Ach so. Er ist ultra krass, ne? Ja, du bist auch krass, ne? Aber ich nicht. Aber auf Playstation. Aber ich scheiße. Mann! Scheiße. Ich bin grad bei Loot Lake vorbei. Wow, ich hatte vorher einen Biggie im Inventar. Den hab ich dann lieben gelassen, ne? Ah, nein. Und dann fällt mir auf, ich hab nur 150 Schild und ich bin in die Wort. Wow. Lasst uns bei Megamall treffen. Plexus YouTube ist jetzt von deinem. Hatte ich jetzt von uns? Was ist das denn der? Was ist das denn der? No way to go. Wir treffen uns Megamall. Megamall, ich komme. No way to go. Wetten die, die geht mich jedes Mal her. Jetzt geht's. Ähm. Machen wir mit hier. Ja. Ich guck das eh nicht. Ich kann den eh nicht so schnell trinken, da bin ich schon tot. Machen wir mit dem Auto machen. Machen wir mit dem Auto machen. Wir müssen Automaten? Ja. Eigentlich ist das Looten damit voll... Ich habe einen Garten. Fünf Pfeilen. Keine Pfeile. Aber fünf Pfeilen verbrauche ich. Kennen Sie das Haus mit einem Geheimgang bei Megamall? Rundehütte, Kreuz, ja. Okay, bleibt da. Ich bin gerade unterwegs. Du suchst denn, jeder sucht sich jetzt eine Posi in Megamall und sagt, und wenn jeder eine Posi hat, dann geht's los. Okay? Okay. Kann es sein, dass wir in einem Team sind? Ähm. Ja. Du verlierst dein Loot jetzt. Hallo? Kommst an, gibst du mir noch nach die Runde? Ja, hallo? Kann ich bitte mitspielen? Ja, darfst du. Kannst du ihn? Nö, ja, ich kenn ihn. Du darfst aber gleich erst mitspielen, zehn Minuten. Kannst du losgehen bei dir? Fand ja aus. Ja, warte. Jetzt hab ich halt mit mein Bild verloren. Nö, egal. Ich hab noch zwei. Okay. Kann losgehen. Und erst mal ein bisschen heal gönnen. Jetzt schon? Ja, was soll ich denn machen? Ich hab den gerade erst mal rein. Jetzt hab ich eh keinen hier mehr. Ich hab eh keinen hier mehr. Warum soll er zehn Minuten? Nein. Kommt, der hier ist alles leer. Was macht ihr gerade? Kreativ? Kreativ. Nee. Spielwiese. Total Memories. Ja, wo seid ihr? Wir sind in Polar Peak. Tobias. Nein. Gibt es nicht mehr? Ich kann keinen X rücken. Oh, das war mein... Schnee ist. Ja, da wo Schnee ist. Nein! Auf! Wir wollen fahren! Oh! Oh, seid ihr? Nein! Warum kann ich nicht schießen? Ja, wow, mein ganzer Loot-Drop, Digga! Was ist das für eine Scheiße, Digga! Das haben wir ja richtig dumm gemacht! Fortnite, ihr dumme... Dumm-Dullis, Alter! Ihr könnt ihr ja gar nichts, oder was? Wollt ihr mir jetzt erzählen? Cool, wie kann man so dumm sein und Fortnite heißen, Alter? Boah, die Mitte, Alter! Dann hat es doch gleich Minuten, die nichts können! Oder behinderten Lappen, Alter! Da hab ich gar kein Schild! Kommt, hört mich! My way to say! Hä? 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 Als wenn ich kein Damage bekommen hab... For... Nein! Das hat er! Hast du kein Damage bekommen? Nein! Inventar... Ey, jetzt sag nicht los! So kann losgehen? Ja, du... Hä? Warum... Droppt man denn sein Loot das schon wieder vollbehindert, Digga! Als Fortnite nichts... Wie Fortnite nichts kann, Digga! Season 1, Alter! Selbst Season 1 war schlauer gemacht! Wir wollten das verbessern, aber die haben das vier mehr verpasst! Cool, meine Waffen muss man auch immer neu laden! Geil, egal! Das habt ihr richtig krassen gekriegt, Digga! Und ihr wollt noch Spiele haben, Digga! So verliert ihr eure Menschen, Alter! Ihr verliert nicht mal Freunde, Alter! Weil ihr keine habt! Geht's nicht los! Tutte meine Wreath! Irrwann kann gut! Es geht nicht! Es geht nicht! Es geht nicht! Es geht nicht! Warum... Warum mach ich's denn kreativ nicht? So, die fallen weg, Digga! Danke! Okay, kann weitergehen! Jo! Bis zumal! Die bin, die bin, die bin! Ich gehe die bin... Sieh die bin! Wohingo ist hier! Jaro! Die bin, die bin! số 0 Was tut mir gered, die bin! Sonstellte die geheşt, die bin ich bin! Zu f sekit! Wien ist hier! Ich glaube, das ist schon mal passiert. Mach mal, ich falle da oben weg, wo die Stinky ist, bitte, mach mal, bitte, dann bleib da, warte, bleib da, warte, bleib da, guck auf mein Movement, hä, ich war doch, Alter, weil du da stehst, du, Mann, das hätte so klappen können. Ja, aber warum geht die Pfanne nicht weg? Was der dumm ist, vom Fortnite zu machen, wahrscheinlich, kann die irgendwas, oder? Hey, ja, moin, warte, nicht, wenn ich was springen. Ja, okay. Der Movement ist das Beste bei dir. Ey, du hast meine Hälte wie Sniper, bitte, ne. Ja? Ne. Und kein Ammon. Ja. Warte, ich trigger die Falle. Okay, ich kann sie nicht triggern. Ich stehe hinter der Wand, kann nicht mehr weg. Hä? Achso. Ich dachte gerade, ich fuhre den Junk respawn. Ich bin jetzt wieder lost, die Typ. Das kann ich auch. Und No Aim. Oh, Headshot. Oh. Was? Als wenn er mir ein 72 gegeben hat. Hä? Ich hab dir nur einen Headshot gegeben, glaub ich. Warte mal, ich mach mal einen Partychat. Ey, ich lass... Ich lass... Ich lass... Ich lass... Ich lass... Hallo. Was? Warum hattest du vorhin kein Nef angenommen? Es tut mir leid. Hallo? Ja, ja, ja. Hallo? Achso, ein Guti, warum hast du verloren? Ja, ich hab's jetzt gesagt. Ey, ich... Ich geh anders... Ich geh an Partychat. Nein, nein. Na, ich bin bald getreten, Schatten. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Habe ich gemerkt. Nö, ich... Du hast... Du hast... Hamid, Alter. Äh, Tickste? Ja? Komm, trete weit. Ich bin grad in Kreativ. Warte ganz kurz, bitte. Ich hab... Ey, ich hab... Ich hab... Ey, ich hab... 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 Ja, Mann. 45 Sekunden. Warte. Hallo, ich geh nach der Runde auf, ne? Ciao. Also... Eigentlich geh ich jetzt schon auf. Also, ciao. Wir haben beide gerade gediegelt. Nicht trappen. Dann bist du ganz fies. Hm! They're strange! They're strange! Easy! Was war das für ein Pumpt, Digger? Lass, 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 lass. Ja, okay. Two, the memories! Gind, schau, schau, schau. Ich lasse mich einfach umbringen. Wie viele kills hast du? Äh... Wie fandest du eben den Olsco? Geht weiter. Wo bist du? Komma, nach unten. Wenn ich Fallen vertreten bin. Mann, du bist so ein Lappen, ne? Ernsthaft? Ohne Granaten? Ne, schwaß. Tschüss.